Untertitel von SWISS TXT Ach, Action! Ach, Action! Das ist schon der Wottsch. Ist sause, der ist sause. Ich hab natürlich gesagt, dass ich mich langsam machen kann. Aber auch noch nicht. Das war irgendwie ein Neujahrs-Denner. Dann waren die da aufgestellten. Und dann an. Da guckt jetzt hier in der Drei. Jetzt. Ah, jawoll. Jawoll, ich sehe. Locker. Lisa Witt. Locker, Locker. Für Fortschritte sehen wir jetzt was. Also, er war der Rechtsmacher schätze ich wohl. Das ist der Wohlderbunde Lisa. Das ist der Julian Wind. Unser Sohn von Stefan. Also, das ist die Sohn von Stefan Wind. Die Weiche, der Stefan und Julian die Ausbildung zum Wasserschielehrer. Erfolgreich abgeschlossen haben. Und wir, ihr seht. Also, er braucht uns ein Kakur, um die Wunde zu machen. Also, war natürlich ein Kakur nicht möglich. Ich bin jetzt wieder unterwegs. In die Runde. Das sind die Runde. Aber oh. Jetzt hat er einiges. Bravo. Jetzt, war ich jetzt. Das war stimmt. Das ist ein ... Das ist ein ... Vielen Dank. Also, ich nehme alles zurück. Jawohl, hier die zweite Runde von Vestadina wird sicher in Offenbarung. Wenn man sehen, hat man sogar die Netsche da an den Fies. Der Wasserschipfacher ist nicht ungefährlich, da kann man sich auch einen Wasserspeisel holen. Also, muss man hier schon noch passen. Da ist eben so Schuschi nicht schlecht, muss ich sagen. Also, Schuschi habe ich am Wort gesagt, nicht das zum Essen natürlich. Also, den ist mit H Schuschi geschrieben. So, also, in Popdeutsch. Wenn wir jetzt ein bisschen näher haben, Popdeutsch. Und der Fotograf natürlich ist ja, der Egen hat sich eine Zutrische nach oben. Jawohl, hallo. So, jetzt klappt es super. Und das ist die Krönung von der nächsten Kürze. Also, der führte Mann ist nachvollziehbar. Kollege Eichschaar. Seine Stühle. Das ist wichtig, Gentlemen. Da haben wir eine Ausgube Тамung und Diener. Sie sehen die Kürze-Pyramiden einmalig gut. Und dass sie nicht die Gründe zeigen, als sie nicht die Viktor würden. Er ist die St espect responded, Freude Nacht. Vielen Dank.